Marta, also das ist Marta, Marta. Was hast du morgen vor? Denk willst du einatmen morgen, oder nicht? Zwei Wochen was dritteln, heute schon rum und du säugst dich aber, das kriegst du auch nicht. Ich glaub, das machst du jedes Wochenendeck. Nee, weißt du, sie macht, sie feiert in den Untertag rein. So, und warte mal, es gibt auch was von uns, ja? Also, wir wollen ja nicht, wir wollen ja auch dazu beitragen, dass sich die Tasche füllt. Es gibt von uns ein Dollar für dich, bitteschön, Musikpark-Dollar. Ach so, warte mal, wir haben noch was. So, du sollst nicht so leer ausgehen. Guck mal hier, gib mal ein Bild von uns beiden. Das hängst du dir über dein Bett, wenn du im Alp geheiratet hast. Und du solltest da jeden Abend mit dir drauf gucken, okay? So, Applaus mal für die Braut, die sich in zwei Wochen traut. So, Vater, und jetzt, ja, Achtung, bleibt mal alle stehen. Jetzt kommt was Schönes, nämlich eine kleine Geschichte zu einem Typen.